Es war überwältigend. Hier war die Breite der Gesellschaft heute in der Diskussion. Hier hat sich die Volkspartei CDU getroffen und ich muss sagen, klasse Partei, ich bin gern dabei. Es war heute, glaube ich, wirklich eine Sternstunde für unsere innerparteiliche Demokratie. Man spürt tatsächlich, dass die Parteifreundinnen und Parteifreunde diskutieren wollen. Sie wollen natürlich sehen, wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten positionieren. Und deswegen sind sie zu Scharen her nach Idar-Oberstein gekommen. Es elektrisiert die Mitglieder und die Leute wollen bei aller Digitalisierung am Ende die Menschen sehen und spüren und hören, für was sie stehen. Und das war ein voller Erfolg heute. Ich glaube, die Stars des Abends, das waren die Parteifreundinnen und Parteifreunde, die sich auf den Weg gemacht haben. Die aus Hessen gekommen sind, die aus Luxemburg gekommen sind und sogar aus St. Pauli war der Ortsvorsitzende da. Das ist der neue Spirit, den die CDU jetzt hat und darauf bin ich als CDU-Landesvorsitzender im Saarland auch stolz.